Ich gratuliere Redog, all den Initianten, die dazu geführt haben, zu dieser Organisation. All denen, die heute oder eins dabei waren, die im Vordergrund oder im Hintergrund gearbeitet haben oder gearbeitet haben. Was Redog erreicht hat, ist für mich ausserordentlich beeindruckend. In Qualität weltweit, immer bei der Spitze, seit Jahrzehnten. Ein unglaublicher Einsatz, den die Leute leisten in der Vorbereitung und in der Schulung. Und das ist fast gar einmalig, was es braucht, für einen mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit zu einem Einsatz zu kommen. Und darum darf man nicht enttäuscht sein, wenn man nicht zum Einsatz kommt. Es geht um die Sache. Es geht darum, dass Redog in Zukunft bereit ist. Man muss sich mit den neuen Voraussetzungen auseinandersetzen. Und man muss sich mit denen befassen und den Weg in die Zukunft finden. Und für das wünsche ich Redog bei einer guten Kameradschaft, bei einer engen Zusammenarbeit in der Schweiz und international viel Erfolg. Und ich bin überzeugt, sie werden dann haben, bis sie so weiterfahren wie bis jetzt.